so heute ist aufbautag und premium tag auf der wetterama in mannheim europas größte messe für teile oldtimer restaurierung so also für den ersten tag premium ist schon ein bisschen was los hier jetzt schauen wir mal wie es weitergeht ja ein paar schöne schöne raritäten hier ja wie gesagt es ist aufbautag heute also eigentlich das ganze alles ein bisschen inoffiziell schon geil alles blech das war schön vom alten tja 3 viertel ist schon aufgebaut worden kommt das andere viertel ein alter fort taunus guckst du hier so und hier geht es dann noch ins freigelände hier gibt es also noch ein riesen freigelände ein riesen teil wenn wir zeit haben gehen wir dann morgen nochmal rüber und schauen uns ein bisschen um also das zieht sich ja hier ein wahnsinns areal so damit ihr mal seht wie groß die messe ist ist der lageplan hier also ein riesen areal ja also ein riesen so in kieren sind eben schwerer